Der Charlie hat ja letztens ein Kunstwerk für mich gemalt, allerdings war das nicht so, also es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Es war einfach, ihr habt weiß drüber gemeint und jetzt machen wir das nun mal. Und ich habe jetzt schönere Farben. Na nun nicht. Charlie, es geht nun nicht. Es funktioniert wieder nicht gut, du musst ein bisschen mit deinen Pfoten drauf. Na ja, na ja. Es ist besser als letztes Mal, finde ich. Oder? Der du.